So, hallo, wir gönnen uns heute Best Football Minds New 2019 Ja, mal schauen, 2019 ist zwar noch nicht für mich, vielleicht für euch, aber nicht für mich Let's go Muss auch nicht immer Fußball sein, also Psst, ist ja... Boah, hohohoho Joa, nicht schlecht Den kenn ich Psst, 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 Psst Asi Baldur, mich auf David Gomez, mich erinnert, David Gomez, David Gomez, Vulkane! Eiffelz Ohhhh Ohhhh Okay, Mann Psst 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 Karma, ne? Pff Psst 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 Oh shit Psst 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 Das ist ein schönes... Big man dropped. Oh, wie cringe. Den zweiten hab ich gar nicht gesehen. Nein, gib ihn natürlich ganz kurz. Oh, scheiße. Ja, der hat was drauf. Ohohohoho. Ja, der ist gut, den kenn ich. Der ist von Frankreich. Ohohoho. Der kommt aus Frankreich und der kann... ...richtig viel. Ja, ja. Den kenn ich das so geil. Er gibt die so einen Zoller. Oh, Gott, Alter. Oh, Gott, Alter. Oh, oh, oh. Bumo. Koros hat er weiter. Koros. Oh. Oh. Ah, nein. Ah, nein. Was hat denn das geklaut? Keine Ahnung. So ein spannendes Ziel. Ja, Werbung kennt man ihnen... ...nicht. Zu zweit. Hast du passiert? Wie kann man den nur so hoch schießen, Alter? Er macht safe. Irgendeiner schießt jetzt so richtig drauf, Alter. Oder... Ja, gut, er hat auch keine Ahnung. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Und er, Achtung! Aua! Digga, das ist doch keine... Kann ich auch nicht machen. Den hätte er machen müssen... Da hätte man drauf schießen können. Nochmal eher, den hätte man noch mal machen können... Und er hier... Ok, was haben wir nochmal? Doppel Was ein Goku Was ein Goku Na ja, wer weiß. Boah! Nice! Nice! Nice, nice! Oh! Nice, Machos! PTSD Oh! Nice Machos Oh, den brauche ich dich weiter anschauen Weil der ein bisschen langweilig verkommt Naja, den stellen wir uns wieder an Muss man den kennen? Ich kenne ihn nicht Das ist jetzt nicht so spannend, ne? Ja, den müssen wir auch nicht sehen Der ist schon gut, aber... Warum schaust du dir Videos an, wenn du League of Legends... Ich hasse die Werbung, warum? Nein Gibt er noch einen Tunnel? Ja, diese hellen Fußballspiele sind schon geil, aber... Aber so interessant tut mich das dann... Ja, einer der Tanzen ist so... Ach, der Ball springt so... Ja genau, er springt so übers Wasser Ja genau, er springt so... Hmmmm... Das war jetzt, äh... Nicht langweilig, aber... War ganz okay Nochmal anschauen Weiß ich's nicht Äh, deswegen... Würde ich sagen... Peace Und wir sehen uns das nächste Mal Ciao, ciao 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 Ciao